Nein! Axt, wo bist du? So. Du bist wieder abgebaut, so. Ey Junge, du baust ganz schön ab hier. So. Irgendwie sieht das doof aus. Warte, muss ich mal kurz ran. Stimmt ja, ich kann ja über den Zaun nicht überhüpfen. Ganz vergessen. So, muss ich mal einen Durchgang schaffen. Und jetzt werde ich gleich auf meinen Keller stoßen. Natürlich tue ich das. Nein! Nein! Es geht so nicht. Muss ich den Zaun um eins versetzen. Das sieht ja sonst kacke aus. Welcher Keller steht denn schon frei? Schrägstrich Bibliothek. So, dann muss ich das mal kurz korrigieren. So. Schon sieht es besser aus. So. Und reinhüpfen kann man hier auch nichts. Okay, von hier könnte man was reinhüpfen. Aber... Ich würde mal sagen... Da mache ich dann lieber die Erde weg. Scheiß drauf, so. Ups. Ups. Ne, bis dahin kann ich ja. Ist ja Wurst. Blöde Kiste, blöde Kiste, blöde Kiste, blöde Kiste. So, so, so. No. Unfähigkeit lässt grüßen. Ne. Ich habe einen Hummer gebaut. Cool. Ich baue gern einen Hummer. So. Ja. Da sind die Fensters wieder weg. Und der Eingang kommt hier hin. Scheiß drauf. So. Fenze, Fenze, Fenze. Viel brauche ich eh nicht mehr an Fensters. So. Dann gibt es noch krasse Ausleuchtung. Dann mache ich mal einen auf Light Jockey. So. Das letzte Holz hier rausgeholt. Ich habe sogar auf Anhieb die Kiste gefunden. Wundert mich. Normal suche ich mich immer wie dämlich. Aber heute mal... Heute läuft's. Heute läuft's. Äh. Ich bin so unfähig. So. Jetzt machen wir einen Stack. So. So. Wie viel werde ich denn brauchen? Zwölf? Zwölf reichen. So. Die Strings mal wieder. Die guten Jungs. So. Ab durch die Tür. Naja. Ich hätte mir gleich so ein... Fanscape bauen können. So. Waren sogar zwei zu viel. So. So. Fackeln. Da fackeln. Da fackel ich mal nicht lange. Hier ans Eck. Hier ans Eck. Ach. Hier gleich ans Eck. Was soll's. Was soll's. Soll halt der Baum abfackeln. Das scheiß Ding. So. So. Hier wieder eine hin. Dann. Was verarschst du mich. Und hier eine hin. Und da eine. ein total unsymmetrische. Ein total unsymmetrisches. Unsymmetrisches Gatter. Dann kann ich auch total. Wir die Fackeln setzen. Hier ins Eck kommt sicherlich eine. So. Schafe züchte ich fürs erste noch nicht. Werde ich Pü oder Schweinis finden müssen. So. Aber ohne Gatter wird... Ohne Fenskate wird das nichts. So. Ähm. Was brauche ich nochmal? Ich brauche... Das. 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 Und in der Mitte Stickies. Oder? Nein. Außen Stickies. Und in der Mitte das Holz. So. Na. Was mache ich denn hier? So. Ein Fenskate. Vielen Dank. So. Nehm mit hier. So. Und... Ab durch die Hecke. Oder durch die Tür. Wie man es halt nimmt. Ich brauche hier unbedingt eine... Ne... Druckplatte. Geht ja mal voll nicht. Die mache ich jetzt auch mal schnell. Weil sonst drehe ich hier vollkommen am Rad. Mache ich ein paar Pressureplates. Fünf Stück. Dürften reichen. Und hier eine her. So. Wieso funktionieren die nicht mit Pressureplates? Das ist aber doof. Ich dachte das funktioniert. Hier. So. Und ich nehme jetzt mal mein Schwert. Weil ich ahne wo der ist. Oder doch nicht. nicht. Ich hätte jetzt gemeint hier wäre gespawnt. Oh. Ich kann da an den Bücherregalen Fackeln befestigen. Ist ja auch lustig. Hätte ich aber auch müssen. Ja. Lass ich jetzt mal kurz. Man stöhnt da draußen rum. Ist ja auch schön. Zwei Pressureplates habe ich ja noch. Zack. Zack. Ah. Ne. Da wollte ich sie nicht hin. Da wollte ich sie hin. So. Dann haben wir ein bisschen Automatisierung. Ach. Ihr verarscht mich. Weil ich jetzt zu viele Zombies hier in der Nähe habe. Äh. Mach ich kurz peaceful. Back to game. Weg ist er. Easy wieder. Done. Back to game. Ab ins Bett. Haha. So geht das. So macht man das. Wunderschön. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen Automatik. Ich habe eigentlich nur die Pressureplates bis jetzt hier so für die, die hier gebraucht. Da 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 da. Brenn. Zombie brenn. Alter. Was ist denn das hier für eine Volksversammlung. So. Habe ich Weizen dabei? Natürlich nicht. Nicht. So werde ich nichts fangen, wenn ich nichts dabei habe. Falsch. Ah. Könnte ich ja mal den Knochen einlagern. So. 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 Bisschen Weizen mit. So. Zwei Stacks dürften reichen. Und dann gehen wir mal auf Erkundung. Vielleicht findet man ja ein Schweinchen oder ein Rind. Äh. Huch. Das wollte ich aber nicht. So armes Blümchen. Setze ich dich wieder. So. Perfekt. Was ich als erstes finde, nehme ich mit. Aus der Schafe. Schafe, Schafe, Schafe. Aber ich werde glaube ich für das erste nur Schafe finden. Ja, Schafe. Rotten Flash mal wieder. Oh. Die neue Gravel Textur passt eigentlich jetzt besser. Gefällt mir. Vor allem jetzt ist es nicht mehr ganz so verwischt. Jetzt habe ich die Kanten ein bisschen nachgezogen. Schon sehen die Steine um einiges besser aus. Schreibt mir in die Comments wie ihr die Steine findet. Oder wie ihr den Gravel jetzt findet. Will ich jetzt wissen, weil der sieht echt gut aus. Vom hier jetzt rein passt er echt gut. Finde ich echt. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also ist jetzt auch für mich eine Premiere, dass ich das jetzt auch sehen konnte. Ich könnte das Weizen dabei packen. Sonst rennen wir eine Horde Schafe gleich nach. Guten Tag, Herr Naseweiß. Der hat so einen Zinken, der könnte am Baum schlafen. Erst mal die Nase in den Baum rammen und dann fett abschnachen. So. Schafe. Mit Bolle. Ach komm, ich schere euch mal. Schert euch zum Teufel. Guter Witz. Vier Stück. Danke sehr. Ah, du warst nicht ganz so ergiebig wie dein Kumpel. So. Danke. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So. Ich höre lieber singen auf, sonst wird sich beschwert. Ich bin nicht unbedingt ein guter Sänger. Ah. Schafe. Schafis. Nackig Schaf. Ich mache euch alle nackig. Du machst dich doch gern nackig, du Sau. Ich glaube die Sprüche habe ich alle schon mal gebracht. Ich bin so unkreativ. Und ich bin kein Tier. Ich bin ein Schwein oder ein Rind. Erstmal durch das Sumpfwasser geschwommen. Voller Adrenalin, weil ich sauer bin. Was ich nichts finde. Und ich lass mal an den... Ne, äh... Irgenseck. Wer braucht einen Irgenseck? Äh... Hups. Da bin ich auf die Inventartaste gekommen von meiner Maus. Habe ich mir so eine Schnelltaste draufgelegt. Spielt sich eigentlich jetzt schöner? Finde ich. Schaf. Wieso drängst du mich hier ab? So. Hier rüben waren doch mal Schweinchen. So, aber jetzt fresse ich erstmal was. Aber die Fressanimation geht mal... Oder... Der Fresssound geht mal gar nicht. Muss ich mir mal was anderes suchen. Schweini. Ich brauch Schweini. Ich brauch Schweini. Klein Schweini will im Kinderparadies abgeholt werden. Klein Schweini. Hallo. Ist... Ist denn das eine Möglichkeit, dass hier nur Schafe rumlaufen? Schweini, Schweini, du kommst mit. Komm, Schweini. Siehste, komm. Putt, putt, putt. Ja. Jetzt bräuchte man noch einen Partner für dich. Wäre halt cool beim Zurücklaufen. Komm, Schweini, nicht so lahmarschig hier. Aber Schafe könnten auch Lammfleisch abgeben. Das wäre super. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gehabt. Oder schon mal gesagt. Da. Ich will nur das Schwein. Nicht euch, Schafe. Na, verpisst euch. Ich, ich dreh durch. Dann findest du ein Schwein und dann kriegst du, ziehst du noch 10.000 Schafe mit. Bis zum nächsten Mal. Oder, an. Vielen Dank.